Wie, du verpisst dich jetzt einfach, oder was? Joa, wahrscheinlich. Ja, an der Stelle direkt, Prejud ist nicht da, sein Ark hat sich mal wieder deinstalliert. Falls ihr euch erinnert, Pleiten, Pech und Prejud ist nicht allzu lange her im Main-Channel. Das passiert mir auch regelmäßig, dass sich Spiele einfach deinstallieren. Das ist aber halt einfach wieder random passiert. Mein PC sagt einfach Fehlermeldung, startet sich neu und Ark ist halt weg. Also so, warum auch immer. Und damit willkommen zur heutigen Folge. Quasi Pleiten, Pech und Prejud die dritte. Sagen wir mal so, das soll nicht das letzte Mal gewesen sein, aber ihr werdet es sehen. Naja, auf jeden Fall sind wir unterwegs und tamen den ein oder anderen Kano neu. Denn tatsächlich haben wir ja ein bisschen höheren Verschleiß, was die Viecher angeht, bei unseren Resiting-Besuchen. Außerdem wollte ich gerade noch ganz kurz ein bisschen drauf eingehen mit den Toxic-Calls und so, weil das in den Kommentaren immer wieder ein Thema war. Es ist halt so, wir kennen uns alle seit Ewigkeiten. Dementsprechend, man kommt darauf absolut gut klar und so. Es ist jetzt nicht so, dass irgendjemand sich da actually denkt, oh nein, ich will nie wieder was mit dem zu tun haben. Der ist immer so böse zu mir, Mami. Also ja, chillt ihr euer Leben. Wir haben aber das auch ein bisschen beherzigt. Und naja, das Ganze ist natürlich vorproduziert. Aber wir haben ein bisschen geguckt, dass wir in den Fights ein bisschen unsere Basis chillen. Dementsprechend wird es in den kommenden Folgen dann irgendwann mal auch wesentlich gechillter und ein bisschen koordinierter und so weiter. Also ja, gut. Das sei dann, glaube ich, hier genug gelabert. Ich schicke euch in die Folge. Viel Spaß damit, Leute. Ich habe das Greenhouse von, ich habe die Base von Gacha Game Bang gefunden. Nice. Glückwunsch. Habe ich ne Rocket dabei? Ja, du musst doch mal vorsichtig sein wegen Nachrückern, ne? Nee, Gacha Game Bang ist von Anfang an dabei. Aber die an Grünzeug kann man schon mal wegmachen. Das finde ich gut. Ach so, Leute. Wollen wir uns in den Chat fragen, wie ihre Karotten munnen? Ripplang, bitte. Das ist ziemlich gemein. Frag, 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 frag. Warte mal, was? Oh, Alter. Mieser Grease. Gacha Game Bang schreibt man, äh... Keine Ahnung, schreibt Gacha Game Bang in die... Gacha Game Bang schreibt man zusammen und die Anfangsbuchstaben groß. Und im Tri-Blog. Wann wäre man denn los? Unifähr so? Aber warte mal, wie schreibt man Gacha? Neu. G-A-C-H-A. Nee, G-A-C-H-A. Und sowas beschwert sich dafür. Hä, ich hab G-A-C-H-A, sag du Arsch. Ich mein den Ghost. Ach so, okay. Ja, keine Ahnung. Also, die Aussprache lässt viele verschiedenen, äh... Schreibweisen zu, öhler. Nimmt irgendjemand bitte C4 mit? Ich hab nämlich nichts mehr jetzt. Ich hab jetzt den scheiß Bären mit dem... mit der... mit dem Dings. Ich nehm doch auch nichts mit. Du schließt ja nicht C4 aus. Solltest egal, wie C4 dabei haben. Hab ich nicht. Ja, dann nimm dir was mit, Leute. Aber ich hab schon immer so viele Waffen bei, dass ich... Ja, scheiß drauf. C4 ist... Das benutzt hier alles nicht. ...der Grundausrüstung. Ja doch, um irgendeinen TP von irgendwelchen Idioten wegzusprechen. Haben wir noch C4? Ja. Ich hab sogar den Namen falsch geschrieben. So auf einer... So auf einer Sarkal-Fahrt. Ja. Wird angeschossen. Ah, scheiße, Alter. Habt ihr das einfach, Mammut? Ey, meine Wüsten, Sarkal. Leider ready, hier steht ne Fop. Ja. Ja, willst du mich... Hä? Ja, und... Aber was willst du mir damit jetzt sagen, Benni? Wir greifen doch jetzt keine Fop da an. Ja, natürlich. Da stehen zwei Turrets. Chantal. Na ja, dann musst du halt mal ein bisschen präzisieren, was du meinst. Glaubst du nicht, dass die Leute ja genug Ressourcen haben, um ne Fop hinzustellen? Naja, ich nehm jetzt die 4 und Bia mit. Da würde ich schon anfangs überlegen. Actually. Ach, Quatsch. Schmeipern hier auf mich, komm dran. Ja, Bia und Kano mitnehmen. Nein, scheiß auf den Kano. Lass den Kano erstmal daheim. Okay, actually. Aber Bia mitnehmen, oder? Okay, grad lagts irgendwie hart bei mir. Ah, sie haben aufgerüstet und glaube, es sind 3 Turrets. Oh nein. Oh, sind TP, Mann? Ja. Kommen sie mit, Refix? Ja, 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 ja. Ich bin nur, ihr seht leckt gerade. Ich komm hoch. Willst du auf den Bär? 10 Sekunden. Äh, ich kann, der Bär hat halt gepoppt. Alter, der Ficker, der hat ja einfach eine Rocket reingelatscht, bevor du überhaupt richtig am Start warst. Hä, ist verboten. Uff. Ob ihr euch mal löschen wollt und die Leute vielleicht erstmal ankommen lassen? Ist schon brech. Ist Tempest. Okay, ich hab, ah ne, hä, hat grad mal, hä? Ey, Kipolat. Weg, Kampfgarten. Ja. Ja, dann geh halt weg. Der TP steht halt übel beschissen, ne? Ich komm da grad nicht mehr ordentlich wieder hoch. Ja. Gut, ich kann mich grabbeln. Ich werd von nem Schwein angegriffen. Lass mal, lass mal hier rausmachen aus dem Scheiß-Zacken, Richtung blauer Drop raus. Ach, ich kann halt überhaupt nicht... Alter, ich geb Ginny-Gin, nur die ist hängs hier oben. Ich bin halt am Arsch. Ah, doch. So, jetzt kommst du auch Richtung TP. Ja, wie soll ich denn da rüberbinden? Ja, mach runter. Mach runter. Zu dem Golem, oder was? Richtung blauer, ja. Hier, jump'n, one. Was hier runter machen? Ich wollte erst mal, was hier durchkommen könnt. Ja. Wir können jetzt nochmal TP setzen mit Turrets. Richtung blauer Drop, sagst du? Ja, bis ein bisschen... Ja, Benni, renn mal bitte nicht so schnell weg. Da shootet einer, bist du das? Ja. Hat ich mal einen Mad-Blue-Ball? Ja, hab ich. Komm ran hier, Redpicks, und dann setz ich hier den Tower hin. War ja schon wieder ein angenehmes Erlebnis. So, warte, hier komm hoch. Direkt ne Rakete, da war ein Shoot, war das Ghost? Ja, hat er meine Rüstung fällt, halt halber aus. Auseinander, alter, holy shit, ich hab halt fünf Lockerts kassiert. Wo waren der Dingens denn jetzt am Start? Die Pop von denen, sieht die noch jemand? Ja, die ist quasi gerade Linie von uns, wo wir jetzt gerade sind, zu da, wo du vorher den TP geplaced hast. Also, für mich wird immer noch geschossen. Die Mammuts sind cool, oder? Wenn man an die ranrennt, also die haben irgendwie so ein... Benni, krieg ich jetzt meine Mad-Blue? Ach so, ja, komm mal. Komm mal zu mir. Ja, komm zu mir, ich stehe in der Cover, wo du gerade eben noch warst. Der Bär steht halt nicht im Cover, und der wird halt auch geschossen. Ja, laufend nach, krieg ich nen Power Drop. Ich mein, ich krieg nicht Dauerhits oder so, aber mich wird halt geschossen. Die ist ein Power Drop. Ja, ist ja gut. Bemüh mich. Dann machen wir da links rum. Alter, wir haben den Movement abschneidet, das Ekel. Hier hoch. Der Bär ist, by the way, halb Leben, wollte ich nur sagen. Naja, das wird mal wieder so'n Ding, dass der mit 100 HP aus der ganzen Kacke rauskommt. Oder halt auch nicht. Ja, wir müssen den eigentlich früher schon wegporten halt. Also, wenn das Ding steht, dann müssten wir den eigentlich schon... Ich weiß, komm ihr hier irgendwo rüber? Weiß es jemand? Nee, nicht, dass ich wüsste. Dann lass runter machen. Ich brauche auch grad Stamina. Ich bin mir die auch eben... Ich glaube, ich liege hier ziemlich safe. Wölf. Wölf. Ja, wir rennen einfach. Ja. Los, wir machen die Clip einfach weiter. Ich seh euch, ich shoot euch hinterher. Ich hab halt nur eventuell gleich Spaß mit den Wölfen, ne? Ja, wobei, ich gravel mich einfach irgendwie... Ja, renn halt nicht so schnell weg, Benni, ne? Der Berg muss halt... Ja, ich helfe halt auch Wolf, Aggro, einmal alles. Machen wir jetzt da wieder hoch? Ja, ja. Kommst du hier rüber? Ja, ich muss halt den... Ich muss halt die Wölfe dodgen. Also, ich... Ich wüsste halt nicht, ob... Ja, die Wölfe... Rede! Doch geht's. Ja, das Problem ist, ich wüsste halt nicht, hier sind halt so viele Steine und ich kann halt nicht springen, ne? Aber... Ja, ja, ich verstehe, was du meinst. Kommst du hier nach rechts rüber? Ja, hier oben rüber halt, ja. Jetzt müssten wir doch wieder auf dem Plateau sein, oder? Ja, links ist die Fortpil. Wir greifen hier unsere Fortpil. Hier hin, oder was? Hier. Dann... Dann erwarte ich ein bisschen Cover. Ja, mach. Du wirst angeschossen. Ja, ach. Von wo? Hä, warte mal. Alter, das ist komplett... Habt ihr gesoffen? Was? Ja, die Fops stehen halt hier oben, ne? Ja, ja. Eine Ebene überall. Geradeaus, wir können da hochlaufen, Ghost. Okay, okay, okay. Nur ich will die nicht zwei Zentimeter nehmen, dem Blazen. Das ist halt... ...schwierig. Hm, um nicht zu sagen, ziemlich belastend. Actually, wir werden von hier rechts... Lass es einfach verpissen jetzt. Towerscheiß angeschossen. Ja, dann lassen wir ja den Reciting, aber ja, keine Ahnung. Ja, lassen wir. Ich sterb... Oh, was? Rede! Ja, nein, ja. Ja, nein, ja. Irgendwas hilft nicht. Bewegt dich einfach. Ja, also macht ihr dann hier wieder los, oder wie? Also von mir aus können wir den Scheiß auch fighten, aber es ist halt einfach gigaeklig so. Ja, also man kann halt... Keine Ahnung, muss hier entscheiden, aber ich sag... Lass mal hier hochmachen, wir können hier oben auch... Wenn wir die... Also der Punkt ist halt der, wir haben Shotguns, so. Wir werden auf Range beschossen. Wir machen aktuell, original, gar nichts. So, wir müssten den entweder mitten ins Gesicht latschen, aber haben die... Wie viele Turrets haben die da stehen? Siehst du das? Ich schätze unsweise sechs, oder so. Es ist doch in Ordnung, wenn die den bekommen. Da hinten ist auch noch ein Typ mit Wolf. Ich würde den auch einfach fix Bolan gehen, oder? Oh, jetzt häng ich an dem Scheiß. Oh, wir sind richtig ehrend, Männer, Junge. Ich glaube, es kann sein, dass die neu waren heute, weil der hatte irgendwie noch nichts. Ja, da muss der Scheiß nicht wahr sein. Der hatte 90-Amer-Buggys-Sattel, also keine Ahnung. Oh, Leute, der ist schon ein Wolf, ja. Und der ist angemalt, ist safe einer von Gartow. Lass mal den gelben Job nicht, weh. Ja, unser Sattel war noch animalt. Ja, indem ich wieder nur Deezings gebe, Alter. Ja, wir freuen mir durchs Pushwerk. Für das ist ein Wolf, für das ist ein Wolf. Hat einen Hit, hat keine Hose mehr. Hat noch einen Hit. Ja, das... War mir so ich. Ey, ich... Wolf, ist Whip. Ach, echt, da. Check ein Nugget, Eumel. Hä, jetzt mal ohne Scheiß. Ich habe heute den ganzen Tag Leuten nur Deezings gegeben, ne? Der hatte auch einen Barry-Sattel 75. Matt Brew, der war actually ziemlich over-equipped, der junge. Holy shit. Da vorne läuft es rum. Ja, und wenn wir die Contestet haben, spoten ein neues. Ja, kann ich das Vieh hier einfach mit Billboards einbauen? Und... Ah, hier ist ein Barry vor mir. Ich setze hier oben eine Tower, Ghost. Haben nicht 10 Minuten Zeit. Chill, Ghost. Jo, jo, jo. Los, call. Guck mal, ob der kommt. Bisschen nicht. Der DP hier ist Patchy. Kannst du Gäste da in den Jenny hauen? Äh, natürlich. Ich habe da mal ein bisschen ein paar mehr Strukturen, ne? In den... Ein paar mehr Wände und so in Bern. Nur, dass du nicht dich wunderst. Kannst du schon mal ein, zwei Trids insetzen, eventuell? Wenn du kannst. Schnapp dir einfach ein, zwei. Ich schnapp mir ein, zwei. Glacys Hedgefam oben. Rocket. Hast du die abgefangen bekommen? Jo, jo. Er ist gerade abgestiegen. Ich hitte dir da mal ganz kurz vor. Ey, könnt durchkommen mit Nogodropics. Ja. Ohne Vieh? Äh, ja, erstmal schon. Ich würde den Punkt trappen. Ja, die Frage ist halt, ob der das Viehchen nicht einfach hier runtergetreten hat, ne? Ich sehe das zumindest gerade nicht rumstehen. Da ist ein Rex. Ja, hier unter mir rennt... Der Rex ist bemannt. Unter mir ist ein Saber. Lass dich mal runter machen, kurz. Knicklicht, Eumel. Hier ist der Apache, bei mir unten. Hier ist auch ein Kano. Ja. Da, bei dem Rex von Knicklicht-Kollektiv-Seite, oder was? Anno hat ein Rocket im Gesicht. Da unten siehst du die ja mit Schalen nur noch, Robin. Jo. Kann man ohne Vieh da runter, oder? Ja, ja. Das ist nur ein Bari und ein Kano von... Ja, ja. Ich erschieße mal, fertig, der ein Kano. Oh, wird schon mal wieder ein bisschen passieren. Den Rex lassen wir stehen, oder erschießen. DoorCuts, Achtung, lass ihn stehen. Lass erstmal Gato fighten und so. Scheiß auf die anderen. Hä? Der ist Raptor, Raptor, Typ mit Raptor, ne? Habt ihr gesehen? Oh, okay, ja. Ja, hier ist der Bari. Saber? Oh, fuck, just happened. Also, wie die Bohler auf den... ...dingen sie nicht gesessen hat. Äh, ich bin in die Lufenbohnen, bin wieder oben. Äh, ja. Habt ihr Heser dabei? Ne. Same, though. Also, ja. Auf dem Rex ist ein Player. Actually, ich bin aber überlegen, ob ich versuche, das Bari wieder hochzukiten. Ja, mach das. Lass, der Rest schießt mal mit auf den Rex. Äh, ich hab ja einen Player bei mir direkt an den Patchy dran. Ja, ich bin natürlich. Inklusive anderen Ottos hier hinter mir, da, wo der Schwanz vom Wolfwind zeigt. Ja, da ist ein Typ, ja. Wo? Ja, hier bei dem... Ja, hier sind halt ohne Ende Leute. Patchy, äh, also am Patchy. Halt ein Typ mit Raptor, ein Typ mit Bari. Ja, lass nochmal ein paar Meter weg machen von dem Dingens und tatsächlich dem Bari Otto hier hinterherjieten. Denen ihre Fiecher totzuschießen, wäre auch schon ein Accomplishment. Ich weiß halt nicht, ob ich vor dem Rex wegkomme. Der Rex hat mich akkruft. Ja, hat er nicht so richtig. Der Bari-Typ macht erstmal nach Meppen süd. Können wir da jetzt hinterher oder was? Lass das Ding hier hochkiten. Lass das Ding hier hochkiten. Ja, gut. Hier kommt ein Captor. So, keine Ahnung, auf den Rex ist halt hochoffiziell geschissen. Bei mir ist ein Player und Food hinter dir, Kost. Doost und kein Stamina und... Hier kommen Kanus nochmal runter und ein Känguru. Kriegen wir das Viech weg, Gargort? Das sind GG und so. Das Viech ist dead. Wer hat's getötet? Wo? Siehst du das? Nö, keine Ahnung. Von mir ist ein Player. Das ist ein Schwein, siehst du? Von, das ist eine Gartse, die man was macht. Kanu. Ja, der Kanu hat's gekillt. Ja, ich hab halt kein Stamina. Wo ist der Kanu? Ja, deine... Benni ist hinterher. Ja, einfach ein Berger da aus. Seht ihr nicht? Ist der hoch oder runter? Alter, das ist... Ja, da sind sie lang, genau. Ja, hoch oder runter? Ja, wir sind halt zu Fuß. Keine Ahnung. Ja, nur weil Joga gemeint hat, da sind die lang. Ja, ja, hoch, hoch, hoch. Ja. Hast du irgendwie eine Kantine oder so, Benni? Nee, hab ich nicht. Ich hab halt einfach nichts zu saufen. Und deswegen auch die ganze Zeit gegen Stamina. Haben wir eine fette Rocket drin? Das Ding ist halt, es bringt uns eigentlich nichts mehr, den Typen noch zu essen. Äh, außer die haben Loot. Die haben nochmal eine fette Rocket drin? Naja, ich inklusive höchstwahrscheinlich, aber ja. Lass den Kanu töten. Mein Wolf ist mehr oder weniger tot, ich lass ihn hier stehen. Hab den Kanu. Nice. Den Player. Hat Shotgun-Hit. Relativ guten. Ich mein, aber es ist gut, da haben Chichi und so haben den Scheiß. Ja, also. Hier war gerade Rakete. Der Player hat schon ordentlich Hits. Ja, ich bin tot. Ich hab gar keine Chance gehabt. Ich hab meine Flak, meine Chats, die wechselt und die war halt einfach mit... Keine Ahnung. Zwei, drei Schissen im Arsch. Ja, da... Ja, da war irgendwo eine C4-Trap oder so. Jo. Wo ist denn der Player hingelatscht? Bei mir ist einer. Die machen jetzt die 4 Traps, Ghost, lass das da wegmachen. Jo. Ja, zu Fuß, um so eine Dinger reinzugehen, ist halt echt... Rapix, kurz Ruhe. Wo machst du hin, Ghost? Lass die Richtung uns am Trill. Ja. Ja, ja, klar. Also, Tower. Wo starren die hier genau? Einfach weitern. Hast du klar? Ja, ja, easy. Ich bin halt am überlegen, ob ich den Loot contesten will. Ich würde den Bear wegbringen, wenn er dann auch kommt. Ich habe halt keine Bolas mehr, das ist mein Problem. Habt das der dann geboulert? C4, C4. Der Bear steht am Dingens. Also, Allstars und so sind auch da, habt ihr gesehen, oder? Ja, aber die haben... ...nix bekommen. Ne, ich wollte nur sagen, also... ...das sind halt... ...die ein oder andere Partei. Die haben hier hinten immer noch Spaß. Der Typ mit dem Alpha-Buff läuft hier vor mir. Wo bist du? Hat einen ordentlichen Hit. Lässt C4. Äh, von unserem Tower aus ein bisschen Richtung nachher. ...und dann. Das ist Teenage hier. Ich habe kaum noch Shotgun-Armor. Hast du noch was? Hier noch 15 Schoß. Das ist ein Alpha-Buff-Typ. Hat einen guten Pump-Hit. C4. Hat sich hier geplaced. Rocket. Ich muss kurz rausmachen. Lass den Typen mit dem Kano in die Turrets gehalten. Ich habe keine Chests mehr. Also du hast noch eine. Du musst nur das wünschen, oder? Ne, habe ich nicht. Ich habe die zweite gerade verloren. Okay, ich schmeiß die rein. Habe ich noch eine Hose? Ich habe auch keine Hose mehr. Hast du jetzt noch eine? Ja, hier. Ich habe noch ein komplettes Set, Leute. Ich habe halt nur noch... ...kaum noch Pump-Ranschluss. Ich mache da nochmal hinter. Schau mal, ob ich den Dayer dann töten kann. Ich habe da noch irgendwie was looten können oder so. Bis jetzt noch. Ein Player liegt hier noch tot rum. Den kann ich safe noch looten. Liegt ein Such-Revenge. Ja, bauen halt ab, falls noch nicht. Was sind die, Ghost? Einfach weiter hier vor, da wo Refix Leiche liegt, so circa. Hier bei mir, Richtung Vorb hinten. Ah, okay, Refix ist gelootet worden. Hier links oben steht noch ein Kano, Ghost. Ah, Nogga sieht auch ziemlich leer aus. Scheiße. Ist er jetzt ringeatet? Ja, hier ist ein Old Stars hier noch am Start. Ja, wisst ihr denn, wer... ...wer da in den Turtles gestorben ist? Habt ihr denn die sehen? Ich habe hier alle Old Stars, ja. Der Bär jetzt auch, oder was? Nur der Bär steht schon bei den Turtles. Ja, aber da kann halt nicht sniped werden, ne? Ja, ja. Wenn ihr lebt, können wir nochmal hin-TPen. Wait, wir haben da keinen TP. Ah doch, warte, ich bin los. Du bist halt tot, ja. Ja, ja, ich hab grad auf der Spawn-Map geguckt, dass wir... Ja. Das ist halt einfach das Ding mit dem Contest. Jetzt, wo... Bei jedem Ding... Ja, also wir können uns nicht verbuddeln, das funktioniert nicht. Also, die verlieren doch auch was. Also, keine Ahnung, wir haben drei Kano's getötet. Ja, das Problem ist, ich hab halt jetzt, ob wir jetzt grad... Ich würd dann grad einmal ganz kurz gucken, ob ich den Wolf noch holen kann. Ist der Bär zu Hause angekommen? Der Wolf ist tot. Achso, okay, lol. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.